Gartenfreunde, ein neues Video. Wir werden was kochen. Und zwar Gartenparty wieder Nacht. Kesselgulasch auf offenem Feuer. Als erstes werden wir uns mal die Zutaten holen. Als erstes holen wir Kartoffeln. Die machen Kesselgulasch 3 Liter. Eigentlich 5 normale Kartoffeln. Die meisten ja wieder sieben Steins sind dieses Jahr. Wie bei anderen auch. Neben mir von dieser Größe 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ah, noch zwölf. Zwölf Stück. Kartoffeln haben wir. Sind schon nicht groß, aber angefressen haben sie trotzdem. So, Kartoffeln haben wir. Dann brauchen wir noch eine Schillischote. Eine Schillischote. Ich würde empfehlen nur eine halbe. Ich brauche nur eine halbe rein. Als nächstes brauchen wir Paprikaschote. 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 Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Drei Liter. Eine. Zwei. Nehmen wir vier Paprikaschoten. Nehmen wir. Nehmen wir noch eine spitze. Gelbe. Und hier haben wir noch eine grüne. Schöne Größe. Grüne. So. Vier Stück. Als nächstes brauchen wir Knoblauch. Eigentlich schon abgeerntet, aber hier ist der von Maig gesteckt. Mal gucken, ob was dran hängt. Sieht gut aus. Die reicht zu. Knoblauch haben wir. Als nächstes brauchen wir drei Möhren. Drei Möhren. Kriegen wir die Seite raus? Oh, das wird nicht. Das wird nicht. Da geht's. Da. 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 Was klein. Eins. Möhren haben wir. Zwiebeln. 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 Dann nehmen wir eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Stück. Sechs Zwiebeln. 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 Etwas glasig anschmitzen. Jetzt haben wir das Fleisch geschnitten in 3x3 cm Würfel. Auch anbraten, damit es nicht mehr roh ist. Wenn das Fleisch dann nicht mehr roh ist, mit 2,5-3 Liter Wasser aufgießen, salzen, nach Bedarf. Salzen nach Bedarf, man kann ja etwas nachsalzen nehmen. Reichlich Pfeffer. Reichlich Pfeffer. Paprika. Edelsies. Das ist aufgeregt. Auch Nachbedarf. Und? Die Knoblauchzehn dazu. Ich habe vierzehn genommen. Wer weniger will, kann auch weniger nehmen. So. Das Ganze lassen wir jetzt. So. 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 Der ganze Kudach hat jetzt 30 Minuten gekocht. Als nächstes einen Esslöffel Zucker. Tomatenmark. Genaue Angaben zum Rezept für zwei Personen in der Beschreibung. Das Ganze umrühren. Als nächstes unser Möhren, Paprika und Chili. Wie gesagt, ich habe nur eine halbe Chili genommen. Auch hinein. Umrühren. Das Ganze kurz aufkochen lassen. Dann den Rest Kartoffeln dazu. Halt. Und dann wieder 25 Minuten kochen lassen. Dann sehen wir uns wieder. Zum Schritt drei. So Gartenfreunde. Jetzt kommt der letzte Schuss. Ein kräftiges Schuss. Lieblichen Rotwein. Den lässt trink ich. Kurz aufkochen lassen. Fertig. Njam, njam. Njam, njam. Mal kurz umrühren. 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 Gyps. Mal kurz umrühren. Mal kurz umrühren. Untertitelung des ZDF, 2020